Heute soll es hier um eine neue Aufgabe gehen. Das Ganze nennt sich hier Schwimme bei Lazy Lake. Was damit ganz genau gemeint ist, das werde ich euch jetzt ganz genau zeigen. Und zwar gibt es ganz genau zwei Orte. Falls der erste Ort hier nicht funktionieren sollte, dann werde ich euch gleich nochmal eine zweite Möglichkeit geben. Und zwar ganz genau hier ist so ein kleiner Pool, da könnt ihr hier ein paar Bahnen ziehen und dann sollte das Ganze eigentlich funktionieren. Wenn das Ganze nicht klappen sollte, dann gibt es nur noch eine zweite Möglichkeit, wo man in Lazy Lake schwimmen könnte. Und zwar wenn wir hier einfach geradeaus gehen bei der Tankstelle vorbei. Da gibt es ja so ein bisschen Wasser da vorne und da kann man auch ganz entspannt schwimmen. Und das Ganze sollte dann zählen. Entweder 1 oder 2, probiert das Ganze mal aus. So einfach hier ein bisschen rumspringen und dann sollte die Aufgabe ganz ganz easy erledigt sein. Das Ganze befindet sich ganz genau hier auf der Karte. Klickt doch gerne oben rechts auf das I für weitere Videos und dann würde ich sagen, das war es mit dem kurzen Video.